Eins, zwei, drei und los nach links. Zwei, zwei, vier, fünf, sechs und zurück. Jetzt die Macht für die Herren. Hallo, ich bin die Mara Ziegler und ich freue mich, dass jetzt gleich so viele Leute gekommen sind. Super, zur Folktanznacht. Mein Name ist Mara Dagmar Ziegler. Ich bin Tanzmeisterin und leite Folktänze bei Events und Festen an. Also zum Beispiel bei Hochzeiten, Geburtstagen, Kongressen, Tagungen und Betriebsfesten. Mein Spezialgebiet sind traditionelle Tänze aus Großbritannien und Frankreich. Sie tragen zu einer lockeren und unverkrampften Atmosphäre von Veranstaltungen bei. Ich leite die Tänze Schritt für Schritt an und so verständlich, dass überhaupt keine Vorkenntnisse nötig sind. Ich erkläre sie zunächst noch trocken, also ohne Musik. Und wenn diejenigen, die mitmachen, eine klare Vorstellung vom Ablauf haben, dann geht's mit Musik los. Meine Erfahrung bei Veranstaltungen ist, dass sich normalerweise vor allem die Menschen vernetzen, die sich schon kennen. Das gemeinsame Tanzen dagegen lässt Begegnungen mit wesentlich mehr Menschen entstehen. Und zwar ganz ohne Verpflichtung oder Anstrengung. Zum Beispiel, indem es nach jedem Durchgang einen Partnerwechsel gibt. So hat man dann am Ende vom Tanz mal mit jedem oder jeder Kontakt gehabt. Dadurch fällt es viel leichter, ins Gespräch zu kommen. Das Ganze wirkt quasi wie ein Vernetzungskatalysator. Folktänze fördern aber auch die Gesundheit. Sie stärken Gedächtnis, Gleichgewicht und Koordination und sorgen für Fitness. Ich habe einen Teil meines Studiums in Großbritannien verbracht. Diese frohe, witzige Art zu tanzen, hat mich damals gleich in ihren Bann gezogen. Als ich wieder in Deutschland war, habe ich mit anderem zusammen eine schottische Tanzgruppe gegründet und später auch in anderen Tanzgruppen regelmäßig Tänze angeleitet. Ganz wichtig ist mir zu vermitteln, dass die Freude am Tanzen das A und O ist. Fehler passieren jedem und jeder Mal. Aber das Schöne ist, dass es kaum Bedeutung hat gegenüber dem gemeinsamen Spaß. Und wenn man gerade nicht weiter weiß, findet sich immer jemand, der momentan mehr Durchblick hat. Insofern ist das Folktanzen sogar teambildend. Meine Art, Tänze anzuleiten, wird von Kunden als klar und gut strukturiert, aber auch als beschwingt und humorvoll bezeichnet. Am meisten freut mich, dass ich öfters die Rückmeldung erhalte, dass auch Tanzmuffel begeistert waren. Es ist mir ein Anliegen, diese wunderbare Art, gemeinsam Freude zu haben, weiterzugeben und bekannter zu machen. Traditionelle Folktänze empfinde ich als ganz großen Reichtum. Und ich wünsche mir, dass sie noch viel, viel mehr Menschen bereichern können. Also, wenn Sie Interesse haben, kommen Sie auf mich zu. Ich freue mich. Und ich wünsche mir, dass sie noch viel, viel mehr Menschen bereichern können.